So, da sind wir wieder bei Batman! Oh, ich hab was in die Cam direkt weggemacht. Auf geht's! Die Cam habe ich jetzt nicht während den ganzen Filmsequenzen und Reden an. Das stimmt natürlich, die Cam, ne? So, jetzt müssen wir natürlich in das Haus. Komm schon. Oh, da ist ein Toter. Oh, die sehen echt nicht gut aus. Oh, das ist ein Massacre. Wie viele? Ich hätte die Pfeife. Oh, mein Gott. Wer hätte so etwas getan? Das ist das, was ich herausfinden werde. Gordon, Eastside Dars, Warehouse 133. Oh, nein. Okay. Ja, was hier wohl abging, das will ich gar nicht wissen. Brandfleck. Es scheint, als wäre da eine Explosion gewesen wäre, wahrscheinlich. Analyse läuft. Wird wahrscheinlich ein Brandfleck-Abkommen von Explosionen sein. Nervengar. Explodierte menschliche Überrasse. Lecker. Blutige Überrasse hat es komplett zerrissen den menschlichen Körpers. Beschreibung. Brandfleck. Danke dafür. Gleich irgendwie. Ah, ich kann irgendwie die Sachen verbinden. Verbinden. Mit. Verbinden. Alter. Das muss zusammengehören. Menschliche Überrasse nehmen eine Explosion. Alter. Hätte sogar ich nicht gewusst. Das war ich nicht gewusst. Ich bin nicht so clever. Oh Mann. Das hier wieder abging. Guter Verbrecher. Ich habe diese Outfit gesehen. Die gleiche Mercs, die in die Stadt Halle zerbrochen. Ich konstruiere, was hier geschehen ist, indem ich... Okay. Krachcontainer. Untersuchen wir erstmal, bevor wir den öffnen. Was ist denn da drinnen? Krachcontainer. Den öffnen wir mal. Wir müssen ja mal reinschielen. Shift und Q. Shift und Q. Alter. Zum Glück bin ich so kräftig, Mann. Ich habe vorher einen. Was ist man, wenn man kräftig ist? Tonnenbruchstück. Okay. Das klingt ja nicht so beruhigend. Tonnenbruchstücke. Müssen wir uns merken. Was haben wir hier? Paluten. Okay. Was für Paluten wurden denn hier gelagert? Da wurden die... Dings gelagert. Das ist ja klar. Verbinden. Damit. Leute, das verbinden wir damit. Alter. Kann das zusammenpassen? Ein Hinweis. Ein Hinweis. Okay. Aber ich muss wissen, was die Explosion kräftig ist. Wenn das zusammenpassen, war mir klar. So. Ich bin halt einfach... Ich bin halt einfach clever. Wenn einer hier weiß, was der abgeht, dann ich. Weiße Rose. Vielleicht ein Hinweis. Und Täter? Gleich doch. Ich wusste, dass er dahinter steckt. Alter, toter Verbrecher. Aber er hat auch seine Leute im Prinzip geknüpft. Ah. Nämlich ein Walking Dead. Das hat krass das Gesicht. Was? Ich hab neulich... Ähm... Tasche. Skylight Club. Verbrannte Polizist. Der ist aber richtig verbrannt. Sieht aber auch nicht mehr lecker aus, ne? Er hat ein Geschoss, was reingeht und dann explodiert. Oder ein Geschoss, was reingeht und dann irgendwie Feuer verursacht oder sowas. Ich hab ja alles... Oh, ah. Okay. Benutzt du, um die Kugel zu finden? Mach ich doch. Oh, da war sie. Nehm ich. Geil. Oh, Mann. Ach so. Es geht weiter. Das drehen noch. Hände ansehen. Okay. Ein Vampir. Lass mich raten, ich muss das verbinden. Mit den blutigen Händen. Denn der hat ihn dann erkratzt. Daher die... Da geh ich doch. Und schleppert. Oh, Mann. Das kann ich auch noch verbinden. Das Geschoss hier... Verbinden wir am besten. Ich nehm das mal mit. Komm mal mit. Oh, ich darf das hier nirgends mehr verbinden. Wenn ich das vielleicht mit dem Fass verbinden. So... Hey... Mäßig. Nicht verbrannte Fläche. Gucken wir uns die auch mal an. Hey. Oh, Reifenspuren. Wie ist nebenbei aus Versehen immer ein Chat. Nein, ich muss damit aufhören. Aber das ist so dieser Twitch-Strang. Radioaktive Brand-Munition. Explosions-Zentrum. Verbinde ich mal damit. Denn diese Brand-Munition muss es ja verursacht haben. Clever. Was? Ach komm, Junge. Hast du keine Ahnung vom Spiel, ne? Nennen wir mehr Minecraft. Verbindung aufheben. Verbinde ich das jetzt damit. Weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Guck dir das mal an. Nice. Keine Verbindung. Gut gemacht. Verbindung aufheben. Gibt es da noch was, was ich hier entdecken darf? Kann ich denn das verbinden? Mit dem hier? Das hier ist die Frage. Ah. Okay. Das war eine richtige Verbindung. Das war clever. Kann ich das verbinden? Mit? Das nehm ich mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Mit dem hier. Verbinden. Und? Ja. Komm schon. Komm schon. Ja. Das muss doch klappen. Komm schon. Das war jetzt. Komm schon. Komm schon. Das war jetzt. Komm schon. 자, komm schon. ich bin schon. Ich bin schon. Dead cops. Stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Well, combined. Well, combined. The gunner, the canister and the dead cop. The shooter could only have a clear shot from there, there or there. And would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away sir. Lokalisieren sie den Scharfschützenregal. Testhaken an, was? Seht doch mal hoch. Das sieht nicht so aus, als wenn da einer stand, um ehrlich zu sein. Okay. Benutzte Bad Tech, um Phosphorrückstände aufzuspülen. Richtig technologisch hier. Both targets could have been shot from here. But no phosphorus trace. Ja gut, dann gehen wir mal einen weiter, ne? Egal. Festhaken. Vielleicht von da? Vielleicht auch was von wo ganz anders. Vielleicht sind da ja Phosphorspuren. Sehen wir ja gleich, ne? Mal gucken. Oh ja, da sind eindeutig Spuren. Vielleicht war ja auch ein Geist. Schon mal dran gedacht, dass er einfach ein Gespenst war? Phosphorus spike. Clear vantage point. Casper der Geist. Da war Casper der Geist. Ich hab's aufgedeckt. Ich. Im Pro. So, Zigarette. Sogar noch jemand gequimt. Oh, die sieht sogar noch an aus. Okay. Spuren von radioaktiven Rückständen. Das ist die Frage, wo er hingegangen ist, ne? Puren von radioaktiven Rückständen. Gucken wir uns die nochmal an. Die Gänten einfach. Hat er gerade die Stimme verstellt, vielleicht? Der ist doch tot. 100% weg. Oh. Das war ein Glück. Einfach schlagen. Soll ich nochmal schlagen? Ich habe mich ohnesprach, nicht. Nein! Assack-Style! U venue! Der will. meinen Ruf gerecht schlag gegen die wand um ihn Angst zu machen Druck ausüben ein ein Was passiert? Ich weiß nicht, Balconi sagte, er würde ihn benutzen. Er hat benutzt, woher? Das ist alles, was ich weiß! Ich versuchte, ich versuchte! Ich sagte dir alles, was ich weiß! Du bist ein Album! Ich war sehr nahe für eine Belegung! Ich versuchte! Du bist ein Patin! Du solltest du sein! Oh Gott! Jesus Christ! Es sind die Schmerzen! Mit Gordon sprechen, machen wir mal, oder? Ich freue mich, sie zu sehen! Ich mache ihn! Ich freue mich auch, sie zu sehen! Er ist überlegt, ihm den Arm zu brechen, oder? Wir müssen agieren, bevor er ihn verlässt! Ich habe eine Task Force! Du hast bereits einen! Du stehst das zu weit, Bruce! Ich werde euch gerade überlegen, breche ich ihm den Arm? Oder lasse ich ihn brechen? Lassen! Brechen! Lassen! Brechen! Lassen! Er ist noch am Leben! Ich habe ihn nicht den Arm gebrauchen, nur mal so! Ich bin ganz klar! Es wäre ein ganzes Mann! Ich habe das Gefühl, es wäre die Morge, insbesondere wenn er während dieses preposterösen Anfall auf eure Familie du musst den Welt zeigen, die wahrheitliche Natur der Wäde geben! Geben alles an dieser Stadt und dann dann zu beobacht werden? Schön! Als er angemessen und das Meieres Du bist ein guter Mann, Bruce! Gut! Wie deine Eltern! Werden nie gerecht werden. I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city shores or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. Karten annehmen, die zerreißen wir doch nicht. Wir werden doch nicht die Karten zerreißen. Sein Willen für ein Bad, äh, ist. Well, back into the fray again. Das wird lustig. Bad computer. Benutzen. Looks like that egg finally cracked and inside Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this illegal arms stealing, drug running, mob hits, money laundering, Falcone's been involved in everything. This is a pressor. You see dad's name on any of these documents. I'll run a search but so far I don't. This is it Alfred. With this proof we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. I think Gordon or Vicky is a good one. Yikes. The answer is Gordon a convert vielä team greater than Vicky. To me is Gordon a very good guy. The Vicky I conheed short, as if I believe I am a Spike. würde aber was ist wenn die polizei auch korrupt ist man hast du solche entscheidungen in solchen spielen sehr ich glaube ich glaube eine gute entscheidung wäre es das wiki tatsächlich zu geben ich glaube die würde das verbreiten ich glaube ich würde Gordon machen aber alle menschen ich glaube jeder sagt Gordon und keiner sagt Vicky jeder sagt Gordon das ist ein netter ich gibt's Vicky Vicky showed faith in me she cares about the truth she'll get the story out the way it needs to be told a wise decision sir we'll attack Falcone on two fronts tonight Vicky through the media and Batman by any means necessary whatever Falcone is planning it ends tonight he's spider bruce eyes everywhere a dense web of goons poised to trap you no one has ever managed to bring him down I haven't tried yet Batman und das war wieder eine schwere entscheidung oh man this this is big you drop a bomb like this there's gonna be fall out that not even Falcone can survive why give it to me then you don't know how much I appreciate it but you're ich brauche eine Verbündete you could have given it to anyone I need an ally in the press after handing me something like this I'd say you got one for life Falcone is slippery but this is enough to hang him out to dry what this could do for the city my career I'm just wondering what the cost is gonna be it'll be worth it I don't know Bruce Falcone doesn't like bad press if I run this story I put a price on my head the next time my name appears in the media god it might be an obituary Falcone has a way of handling reporters he doesn't like I'll protect you I promise denn ich bin Batman Heil Hydra we kill the beast once and for all but who's even capable of that if we don't act fast that void will be filled by someone far worse wouldn't be the first time ich vertraue Gordon lieutenant Gordon he has his badge in the right place yeah well I hope that's enough sometimes the rest of the force they they have their own agenda it's a good thing you gave this to me instead of the police could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs public attention that's what brings down men like Falcone not a bullet though after my story runs he might get that too I'll be seeing you Bruce ob das gut enden wird it's done good so is our hunt the drone is located Falcone downtown a place called the skyline club ob das echt gut enden wird sehen wir in der nächsten Folge von Batman danke fürs zusehen euch noch einen schönen Tag und bis der nächste Folge ciao mit au oh